Polizei.co Presseecho Am frühen Sonntagmorgen, 3.7., musste ein 94-jähriger Wohnungsinhaber in Höst aus seiner brennenden Wohnung in einem Wohn- und Geschäftshaus gerettet werden. Um kurz vor 3 Uhr wurde die Polizei in Höst über das Feuer informiert. Sofort wurden über die Rettungsleitstelle Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert und eine Streife entsandt. Die Streife traf schon kurz darauf am Einsatzort ein, verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu der betroffenen Wohnung im 1. Obergeschoss und rettet den Senior. Der 94-Jährige wurde mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation und leichten Brandverletzungen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Auch sein Retter zog sich Schürfwunden zu und wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Vom Brand betroffen war neben der Wohnung des Rentners ein dahinter befindlicher Anbau und eine darunterliegende Werkstatt. Vorsorgliche wurden auch die Bewohner aus den Wohnungen der benachbarten Gebäudeteile evakuiert. Sie können nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Die eingesetzten Feuerwehren aus Höchst- und allen Gemeindeteilen, unterstützt durch die Feuerwehr Breuberg-Ortsteil Sandbach und dem Drehletterfahrzeug aus Großumstadt, sowie der Freiwähler Erbach mit weiteren Atemschutzgeräten, konnten den Brand mittlerweile unter Kontrolle bringen. Aktuell werden noch Lösch-Nachlöscharbeiten durchgeführt. Bislang gab es keine weiteren Verletzten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache und Schadenshöhe aufgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte ein elektrisches Gerät den Brand verursacht haben. Zur Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017